Willkommen zurück. In diesem Video konfigurieren wir das SMTP-Add-on, damit du über Playfab individuelle E-Mails versenden kannst. Das heißt also, du kannst beispielsweise deinen Nutzern nach der Registrierung einen Bestätigungslink zusenden und dann sicher gehen, dass die E-Mail-Adresse, die der Nutzer angegeben hat, auch die richtige ist. SMTP ist die Abkürzung für Simple Mail Transfer Protokoll und über dieses Protokoll werden letztendlich die E-Mails versendet. Mit deinem Playfab Developer Account funktioniert das Versenden von E-Mails bereits ohne ein zusätzliches Add-on. Jedoch handelt es sich hierbei nur um bestimmte E-Mails, wie beispielsweise das Zurücksetzen des Passworts. Wenn du also individuelle E-Mails versenden möchtest, dann ist es notwendig, dass du letztendlich SMTP als Add-on dir einrichtest. Dazu klickst du in der Menüleiste hier, also zuerst einmal hier bei Playfab deinen Titel auswählen, bei developer.playfab.com. Jetzt hier auf der linken Seite, da wählst du dieses Add-on-Symbol. Add-ons findest du verschiedene Rubriken bei diesen Partner-Add-ons, beispielsweise Platforms, Analytics, Multiplayer, Monetization, Advertising. Und hier weiter unten findest du Marketing und da gibt es dieses SMTP. Siehst du auch den Hinweis, send E-Mails to users with your own SMTP-Server. Und genau das benötigen wir. Ohne dieses Add-on würden wir keine Aktionen anlegen können, um automatische E-Mails zu versenden. Okay, auf dieses SMTP klicken, sind wir hier bei Partner-Add-ons in der Rubrik SMTP. Und auf der rechten Seite siehst du jetzt bei mir, Is Not Installed steht hier und da klicken wir einmal auf Install SMTP. Okay, und hier musst du jetzt Daten eingeben. Du siehst anhand des roten Sterns hier, dass all diese vier Datensätze, diese sind required, also diese sind notwendig, dass du die hier eingibst. Denn sonst kannst du nicht auf Install SMTP klicken. Das heißt also, du benötigst einen Hostname, Port Number, Username und Passwort. Ja, und das heißt jetzt, du musst hier deine Daten hinterlegen. Diese Daten können aus deiner privaten E-Mail-Adresse kommen, also beispielsweise aus deinem Gmail-Account, einem E-Mail-Server, wenn du ein Hosting-Paket mit einer Domain und einem E-Mail-Service letztendlich hast, oder einem SMTP-Anbieter, der für das Versenden von E-Mails zuständig ist. Um dir für so einen Anbieter ein Beispiel zu nennen, es gibt hier Mail-Chat und du kannst dich hier registrieren und dann würdest du genau diese Daten auch bekommen. Wie gesagt, es funktioniert aber auch mit einem Gmail-Account beispielsweise. Und genau das werde ich jetzt in diesem Video einmal tun. Also ich werde hier mein Google-Konto hinterlegen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist hier der Hostname, Port Number, Username und Passwort. Username und Passwort solltest du bereits wissen, denn das sind genau diese Daten, die du auch bei Gmail eingibst. Also wenn du bei Google Mail hier auf der Hauptseite bist, dann gibst du ja hier deine E-Mail-Adresse ein und dann auch dein Passwort. Und das wären genau diese beiden Datensätze hier. Hostname und Port Number ist eigentlich immer gleich. Dazu findest du auch einen Link in der Videobeschreibung. Und auf dieser Seite findest du die Daten, also hier smtp.gmail.com und dazu die Portnummer. Ganz wichtig dabei, hier ist ein Hinweis, dass du 2000 Nachrichten pro Tag versenden kannst. Dieser Hinweis gilt nur für die G Suite. Das heißt also, wenn du einen Business-Google-Account hast und diese G Suite verwendest. Mit einem normalen Gmail-Account, also einem kostenlosen Gmail-Account, kannst du bis zu 100 E-Mails versenden pro Tag. Das heißt also, zum Testen ist Gmail eine gute Idee. Wenn du das dann aber letztendlich für dein Spiel verwendest, macht es mehr Sinn, einen eigenen Mail-Server zu verwenden über ein Hosting-Paket oder direkt einen Service wie Mail-Chat. Okay, für dieses Beispiel reicht das aber definitiv aus. Das heißt, dieses smtp.gmail.com können wir hier direkt bei Hostname einfügen. Portnummer finden wir hier 587. Hier bei Username und Passwort hinterlegst du deine Daten. Ganz wichtig, solltest du bei deinem Google-Account die Zwei-Faktor-Authentifizierung, also die Bestätigung über das Smartphone, wenn man sich eingeloggt hat über ein neues Endgerät, solltest du diese aktiviert haben, was definitiv ein sinnvolles Feature ist, dann musst du noch etwas Zusätzliches beachten und genau das habe ich auch. Also ich habe diese Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und hier bei Playfab, da gibt es auch einen kleinen Guide dazu, also in der Dokumentation bei den Tutorials. Da siehst du hier den Hinweis, Note if you have two-factor-authentification enabled, you will need to create an App-Password. Also klicken wir einmal auf diesen Link und da steht hier der Hinweis, how to generate an App-Password und da diese Seite aufrufen. Du findest diesen Direkt-Link aber auch in der Videobeschreibung. So und hier siehst du jetzt, ich bin mit meinem Google-Account angemeldet. Derzeit habe ich hier noch kein App-Passwort erstellt. Das heißt, ich wähle die App aus. Als App wähle ich hier aus E-Mail, denn wir möchten ja für den E-Mail-Server letztendlich auch Daten versenden. Hier Auswahl des Geräts, dann nehme ich andere und als Namen vielleicht Playfab hinterlegen. Dann klickst du auf Generieren und dann siehst du auch direkt dein App-Passwort. Dieses Passwort am besten vielleicht auch zwischenschweichern. Ich kopiere dieses Passwort jetzt einmal und füge es bei mir in Playfab ein und hinterlege noch meinen Benutzernamen. Okay, sobald du das getan hast, kannst du hier bei App-Passwort auch auf Fertig klicken. Dann siehst du jetzt hier, wir haben ein neues App-Passwort angelegt. Das Passwort an sich kann man hier nicht mehr einsehen. Das Einzige, was du machen kannst, ist dieses Passwort löschen und beispielsweise ein neues App-Passwort generieren. Okay, soviel zu den Einstellungen hier bei Google und jetzt kannst du auf Install SMTP klicken. Die Daten werden abgespeichert und wenn du jetzt hier auf Add-ons klickst und nach unten scrollst, dann siehst du auch, derzeit ist dieses Add-on, dieses Marketing-Add-on SMTP aktiviert. Okay, das war es dann auch schon zur Einrichtung. Wie gesagt, du gehst hier auf Add-ons, selektierst SMTP und gibst deine Daten ein und die Daten stammen letztendlich von einer E-Mail-Adresse, von einem Hosting-Paket oder von einem Service wie beispielsweise Mail-Chat. Im nächsten Video werden wir dieses Add-on dann auch direkt einmal testen. Das heißt, wir werden dann sehen, ob die Daten, die hinterlegt sind, auch wirklich funktionieren. Denn wir werden einzelne E-Mails direkt hier über Playfab mittels einer Aktion versenden. Freu dich also schon einmal darauf. Bis dahin, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.